Der Narr liest die Fakten über Arthur Jermine und seine Familie von H. P. Lovecraft. Das Leben ist etwas Abscheuliches, und hinter allem, was wir darüber wissen, schielen dämonische Andeutungen der Wahrheit hervor, die es zuweilen um ein Tausendfaches abscheulicher machen. Die Wissenschaft, die uns schon genug mit ihren schockierenden Offenbarungen bedrückt, wird sich vielleicht als der endgültige Todesstoß für unsere menschliche Gattung erweisen, falls wir denn eine eigene Gattung darstellen, denn ihre Reserve an ungeahnten Schrecken könnte kein sterbliches Gehirn ertragen, würde man sie auf die Welt loslassen. Wenn wir wüssten, was wir sind, würden wir handeln wie Sir Arthur Jermine, denn Arthur Jermine übergoss sich eines Nachts mit Heizöl und steckte seine Kleidung in Brand. Niemand sammelte seine verkohlten Überreste in eine Urne oder setzte dem Andenken des Verstorbenen ein Grabmal. Besondere Dokumente und ein besonderer Gegenstand waren in einer Kiste gefunden worden, die in den Menschen den Wunsch erweckten, zu vergessen. Manche, die ihn kannten, geben nicht einmal mehr zu, dass er jemals existierte. Arthur Jermine ging hinaus ins Moor und verbrannte sich selbst, nachdem er das Objekt in der Kiste gesehen hatte, die aus Afrika stammte. Dieses Objekt war es und nicht sein eigenes, eigenartiges Aussehen, das ihn dazu veranlasste, seinem Leben ein Ende zu setzen. Mit den eigenartigen Gesichtszügen von Arthur Jermine hätten viele sicher nicht gern gelebt, doch er war ein Dichter und Gelehrter gewesen und hatte sich um dergleichen nicht geschert. Die Gelehrsamkeit lag ihm im Blut, denn bereits sein Urgroßvater Sir Robert Jermine war ein anerkannter Anthropologe gewesen und sein Ur-Ur-Urgroßvater Sir Wade Jermine, einer der ersten Erforscher des Kongo-Gebietes, der erkenntnisreich die dortigen Stämme, Tierarten und vermeintlichen Altertümer beschrieb. Der alte Sir Wade war tatsächlich von einem intellektuellen Eifer beseelt gewesen, der fast ans Manische grenzte. Als sein Buch »Betrachtungen über die verschiedenen Teile Afrikas« erschien, brachten seine bizarren Theorien über eine vorgeschichtliche weiße Zivilisation im Kongo ihm einiges an Spott ein. 1765 wurde dieser beherzte Forscher in eine Irrenanstalt in Huntington eingeliefert. In allen Jermines steckte die Anlage zum Wahnsinn, und die Menschen waren froh, dass es nicht viele von ihnen gab. Es gab keine Seitenlinien im Stammbaum, und Arthur war der Letzte aus dieser Familie. Wäre er das nicht gewesen, so lässt sich kaum sagen, wie er sich wohl dann beim Eintreffen des Objektes verhalten hätte. Die Jermines schienen schon immer irgendwie seltsam auszusehen, irgendetwas schien zu fehlen, doch bei Arthur war es am schlimmsten, denn die alten Familienporträts im Haus der Jermines, die aus der Zeit vor Sir Wade stammten, zeigten durchaus auch edle Gesichter. Jedenfalls begann der Wahnsinn mit Sir Wade, dessen fantastische Geschichten über Afrika zugleich die Freude und das Grauen seiner wenigen Freunde bildeten. Dieser Wahnsinn zeigte sich in seiner Trophäen- und Präparatensammlung, deren Stücke ein normaler Mensch niemals erworben und aufbewahrt hätte, und er trat ganz deutlich in der orientalischen Klausur zutage, in der er seine Frau hielt. Sie sei, so hatte er erklärt, die Tochter eines portugiesischen Händlers, dem er in Afrika begegnet sei, und sie könne sich nicht mit den englischen Gepflogenheiten anfreunden. Nach seiner zweiten und längsten Afrika-Reise war sie mitsamt einem dort geborenen kleinen Sohn mit ihm nach England gekommen und hatte ihn auf der dritten und letzten Reise begleitet, von der sie nicht mehr wiederkehrte. Niemand hatte sie je aus der Nähe gesehen, nicht einmal die Dienstboten, da sie als gewalttätig und eigenartig galt. Während ihres kurzen Aufenthalts im Hause der Germains hatte sie einen entlegenen Flügel bewohnt und war allein von ihrem Ehegatten versorgt worden. Die Fürsorglichkeit, mit der Sir Wade seine Familie umgab, war wirklich ziemlich eigenartig. Als er nach Afrika zurückkehrte, durfte außer einer abstoßenden Schwarzen aus Guinea niemand die Pflege seines kleinen Sohnes übernehmen, und nach der Rückkehr nach England, als Lady Germain verstorben war, kümmerte er sich ganz allein um den Knaben. Es war jedoch in der Hauptsache das Gerede von Sir Wade, vor allem wenn er betrunken war, dass seine Freunde zu dem Urteil bewegte, er sei wahnsinnig. In einem von der Vernunft geprägten Zeitalter wie dem 18. Jahrhundert war es für einen gebildeten Mann nicht gerade klug, von fantastischen Visionen und seltsamen Szenerien unter dem Mond des Kongo zu reden, von den gigantischen Mauern und Säulen einer vergessenen Stadt, verfallen und von wilden Gewächsen überwuchert und von feuchten Steinstufen, die endlos hinab in die Finsternis abgrundtiefer Schatzkammern und unvorstellbarer Katakomben führten. Besonders unklug war es, von den Lebewesen zu schwärmen, die einen derartigen Ort womöglich heimsuchten, von Kreaturen, die halb zum Urwald und halb zu der unheiligen alten Stadt gehörten, sagenhafte Geschöpfe, die selbst ein Plinius nur mit Skepsis beschrieben hätte, Wesen, die erschienen sein mochten, nachdem die großen Affen die sterbenden Städte mit den Mauern und Säulen, den Grabgewölben und unheimlichen Reliefs überrannt hatten. Dennoch sprach Sir Wade nach seiner letzten Heimkehr mit einer erschreckenden Eindringlichkeit über solche Dinge, meist nachdem er im Knights Head das dritte Glas intus hatte. Er prallte dann damit, was er im Dschungel entdeckt habe und wie er inmitten grauenhafte Ruinen, die ihm allein bekannt seien, gelebt habe. Am Ende hatte er in einer solchen Weise von den Lebewesen gesprochen, dass man ihn ins Irrenhaus brachte. Er zeigte kaum Bedauern darüber, in Huntington eingesperrt zu werden, da sein Verstand sonderbaren Regungen folgte. Seit sein Sohn das Kindesalter allmählich hinter sich ließ, hatte er sich immer unwohler in seinem eigenen Heim gefühlt, bis er es zuletzt sogar zu fürchten schien. Der Knights Head war ihm der Zufluchtsort geworden, und als man ihn einsperrte, drückte er einen unklaren Dank darüber aus, von nun an beschützt zu werden. Drei Jahre später starb er. Wade Germynes Sohn Philip war eine überaus merkwürdige Person. Trotz einer ausgeprägten äußerlichen Ähnlichkeit zu seinem Vater waren sein Aussehen und sein Verhalten in vielerlei Hinsicht derart ungehobelt, dass er im Allgemeinen gemieden wurde. Obwohl Philip den Wahnsinn nicht geerbt hatte, was manche befürchteten, war er geradezu dumm und neigte zu Anfällen von enthemmter Brutalität. Er war eher klein, doch äußerst stark, und er konnte sich unglaublich wendig bewegen. Zwölf Jahre, nachdem er den Titel geerbt hatte, vermählte er sich mit der Tochter seines Wildhüters, einer Frau, von der es hieß, sie stamme von Zigeunern ab, aber noch vor der Geburt seines Sohnes ging er als ganz gewöhnlicher Seemann zur Marine, wodurch er die Abscheu nur vervollkommnete, die er bereits mit seinen Eigenarten und seiner Missheirat hervorgerufen hatte. Nach dem Ende des amerikanischen Befreiungskrieges hörte man, er verdingte sich als Matrose auf einem Handelsschiff in Afrika und genieße wegen seiner Kraft und seiner Kletterkünste hohes Ansehen. Doch eines Nachts verschwand er spurlos, während sein Schiff vor der Küste des Kongo vor Anker lag. Im Sohn von Sir Philip Germain nahm die mittlerweile gewohnte Eigenheit der Familie eine sonderbare und fatale Wendung. Großgewachsen, recht gut aussehend und mit einem sonderbaren orientalischen Charme, trotz der etwas merkwürdigen Proportionen seines Körpers, begann Robert Germain schon früh mit der Arbeit als Gelehrter und Forscher. Er war der Erste, der die gewaltige Sammlung von Relikten, die sein verrückter Großvater aus Afrika mitgebracht hatte, wissenschaftlich erfasste und den Namen der Familie im Bereich der Ethnologie ebenso berühmt machte wie in der Welt der Forschung. 1815 heiratete Sir Robert die Tochter des 7. Viscount Brightholm. Diese Verbindung wurde mit drei Kindern gesegnet, von denen das Älteste und das Jüngste wegen angeblicher körperlicher und geistiger Schwächen niemals in der Öffentlichkeit zu sehen waren. Von dieser familiären Tragödie belastet, suchte der Wissenschaftler Trost in der Arbeit und unternahm zwei ausgedehnte Expeditionen ins Innere Afrikas. 1849 brannte sein zweiter Sohn Neville, eine ungemein abstoßende Person, die offenbar die Verdrießlichkeit von Philip Germain und die Hochnäsigkeit der Brightholms in sich vereinte, mit einer ordinären Tänzerin durch. Doch als er im nächsten Jahr wieder heimkehrte, vergab man ihm. Er kam als Witwer ins Elternhaus zurück, bei sich einen kleinen Sohn, Alfred, der viele Jahre später Arthur Germains Vater werden sollte. Freunde behaupteten, dass es all diese Kümmernisse gewesen seien, die Sir Robert Germains Verstand trübten. Doch wahrscheinlich weiß lediglich ein wenig afrikanische Folklore, die das Desaster auslöste. Der in die Jahre gekommene Gelehrte hatte die Legenden der Ongar-Stämme gesammelt, die sich in der Nähe des von ihm und seinem Großvater erkundeten Gebietes aufhielten, in der Hoffnung dabei, irgendwelche Belege für die fantastischen Geschichten zu finden, die Sir Wade über eine verschollene Stadt erzählt hatte, die von sonderbaren Mischlingswesen bewohnt sein sollte. Eine gewisse Folgerichtigkeit in den merkwürdigen Unterlagen seines Vorfahren deuteten an, dass die Fantasie des Wahnsinnigen offensichtlich von Mythen der Eingeborenen angeregt worden waren. Am 19. Oktober 1852 besuchte der Forschungsreisende Samuel Seton das Haus der Germains. Er brachte einige Aufzeichnungen mit, die unter den Ongar gesammelt worden waren. Seton ging davon aus, dass gewisse Legenden über eine graue Stadt von weißen Affen bewohnt und von einem weißen Gott beherrscht für den Ethnologen interessant sein konnten. Während des Gespräches schilderte er vermutlich noch viele zusätzliche Einzelheiten, von deren Natur wir nie erfahren werden, da sich plötzlich eine ganze Reihe grässlicher Tragödien ereignete. Als Sir Robert Germain seine Bibliothek verließ, ließ er in ihr die erdrosselte Leiche des Forschungsreisenden zurück, und ehe man ihn hindern konnte, hatte er jedes seiner drei Kinder umgebracht, die beiden, die man nie zu Gesicht bekommen hatte, und den Sohn, der einst davongelaufen war. Neville Germain starb, als er erfolgreich das Leben seines eigenen, zwei Jahre alten Sohnes verteidigte, den der irre alte Mann ebenfalls töten wollte. Sir Robert selbst weigerte sich starkköpfig, noch irgendwelche artikulierten Laute von sich zu geben, und nach mehreren Selbstmordversuchen starb er schließlich an einem Schlaganfall im zweiten Jahr seiner Haft. Sir Alfred Germain erhielt den Adelstitel des Baronetts vor seinem vierten Geburtstag, doch seine Gewogenheiten passten überhaupt nicht dazu. Im Alter von zwanzig Jahren schloss er sich einer Gruppe von Varieté-Künstlern an, und mit sechsunddreißig ließ er Frau und Kind sitzen, um mit einem amerikanischen Wanderzirkus umherzureisen. Sein Ende war äußerst abstoßend. Zu den Tieren der Show, mit der er reiste, gehörte ein riesiges Gorillamännchen. Es war von hellerer Farbe als üblich und ein außergewöhnlich gehorsames Tier, das bei den Akrobaten sehr beliebt war. Von diesem Gorilla war Alfred Germain eigenartig fasziniert, und häufig betrachteten sich die beiden lange Zeit durch die Stäbe des Käfigs hindurch. Irgendwann bat Germain um die Erlaubnis, das Tier trainieren zu dürfen. Diese Bitte wurde ihm gewährt, und er verblüffte das Publikum ebenso wie seine Artistenkollegen mit seinen Erfolgen. Eines Morgens in Chicago, als der Gorilla und Alfred Germain einen überaus findigen Boxkampf einübten, schlug das Tier stärker als sonst zu und verletzte damit sowohl den Körper als auch die Würde des Amateurbändigers. Von dem, was folgte, sprechen die Mitwirkenden der größten Schau der Welt nicht gern. Völlig überrascht mußten sie zusehen, wie Sir Alfred Germain einen schrillen, unmenschlichen Schrei ausstieß, seinen tollpatschigen Gegner mit beiden Händen packte, ihn auf den Boden des Käfigs schleuderte und sich wie ein Raubtier in dessen behaarte Kehle verbiß. Der Gorilla wurde überrumpelt, aber das währte nicht lange, und ehe der ausgebildete Dompteur eingreifen konnte, war der Körper, der einem Baronett gehört hatte, bereits nicht mehr zu erkennen. Arthur Germain war der Sohn von Sir Alfred Germain und einer Varietésängerin unbekannter Herkunft. Als der Ehemann und Vater seiner Familie sich selbst überließ, brachte die Mutter das Kind ins Haus der Germains. Dort gab es niemanden mehr, der sich von ihrer Anwesenheit hätte gestört fühlen können. Sie hatte durchaus eine Vorstellung davon, was zur Würde eines Edelmannes gehört, und sorgte dafür, dass ihr Sohn die beste Erziehung erhielt, die die begrenzten Geldmittel erlaubten. Diese Ressourcen waren äußerst knapp geworden, und das Haus der Germains befand sich mittlerweile in einem kläglich-baufälligen Zustand. Doch der junge Arthur liebte das Gebäude und alles, was sich darin befand. Er glich keinem anderen Germain, der bisher gelebt hatte, denn er war ein Dichter und ein Träumer. Manche der Familien in der Nachbarschaft, die Geschichten über die nie gesehene portugiesische Frau des alten Sir Wade Germain gehört hatten, meinten, ihr romanisches Blut breche wohl in Arthur wieder hervor. Die meisten Nachbarn rümpften jedoch nur die Nase über seinen Hang für das Schöne und führten ihn auf seine Mutter aus dem Varieté zurück, den man für nicht gesellschaftsfähig hielt. Arthur Germains poetische Empfindlichkeit war in Anbetracht seiner ungeschlachten, äußeren Erscheinung ebenso bemerkenswert. Die meisten der Germains hatten unterschwellig eigenartige, abstoßende Gesichtszüge besessen, doch in Arthurs Fall war das sehr auffällig. Es ist schwierig zu sagen, wem oder was er ähnelte, doch seine gesamte Erscheinung, die Physiognomie und die Länge seiner Arme löste bei allen, die ihm zum ersten Mal begegneten, einen Schauder des Widerwillens aus. Es waren Verstand und Charakter von Arthur Germain, die mit dessen Aussehen versöhnten. Begabt und belesen schloss er das Studium in Oxford mit den höchsten Ehrungen ab. Er schien dazu bestimmt, den einstmals guten intellektuellen Ruf seiner Familie wiederherzustellen. Auch wenn er eher poetisch, denn wissenschaftlich veranlagt war, wollte er das Werk seiner Ahnen auf dem Gebiet der afrikanischen Volks- und Altertumskunde fortführen, wozu er die wirklich wundervolle, wenn auch sonderbare Sammlung von Sir Wade nutzte. Sein kreativer Geist grübelte oft über die prähistorische Zivilisation nach, an die der wahnsinnige Forscher so innig geglaubt hatte, und spann eine Geschichte nach der anderen über die stille Stadt im Dschungel, die in den unglaublichen Notizen und Aufzeichnungen seines Vorfahren erwähnt wurde. Er hegte eine Mischung aus Grauen und Anziehung gegenüber den nebelhaften Äußerungen über eine unbeschreibliche, ungeahnte Dschungelrasse von Hybridwesen, stellte Vermutungen über die möglichen Grundlagen dieser Phantastereien an und versuchte Licht in die letzten Aufzeichnungen zu bringen, die sein Urgroßvater und Samuel Seaton unter den Ongar gesammelt hatten. 1911, nach dem Tode seiner Mutter, entschied sich Sir Arthur Germain, seine Untersuchungen bis zum Äußersten voranzutreiben. Er verkaufte einen Teil seiner Ländereien, um das benötigte Geld aufzubringen, stattete eine Expedition aus und reiste mit einem Schiff in den Kongo. Über die belgischen Behörden besorgte er sich eine Gruppe von Führern und verbrachte ein Jahr in den Gebieten der Ongar und der Khan, wo er auf Informationen stieß, die seine höchsten Erwartungen übertrafen. Bei den Kaliris begegnete er einem alten Häuptling namens Mnano, der nicht nur über ein ausgezeichnetes Gedächtnis, sondern auch über eine einzigartige Intelligenz verfügte und an den alten Legenden interessiert war. Der Alte bestätigte all die Geschichten, die Germain gehört hatte und fügte seinen eigenen Bericht hinzu über die steinerne Stadt und die weißen Affen, wie es ihm erzählt worden war. Laut Mnano gab es die graue Stadt und die Mischlingswesen nicht mehr, da sie schon vor vielen Jahren von dem kriegerischen Volk der Inbargus ausgerottet worden waren. Dieser Stamm habe zuerst einen Großteil der Gebäude zerstört und dann alle Lebewesen getötet. Danach hätten sie die ausgestopfte Göttin davon getragen, denn sie sei das Ziel ihrer Suche gewesen, die weiße Affengöttin, die von den seltsamen Geschöpfen verehrt wurde und die nach einer Überlieferung des Kongo der Körper einer Frau war, die vormals über diese Wesen als Gebieterin geherrscht hatte. Wer diese weißen affenähnlichen Kreaturen gewesen sein mochten, konnte Mnano sich nicht vorstellen, doch er glaubte, dass es sich bei ihnen um die Erbauer der zerstörten Stadt handelte. Germain vermochte keine Vermutungen anzustellen, aber durch nachdrückliche Nachfragen erfuhr er eine äußerst pittoreske Legende über die ausgestopfte Göttin. Die Affenfürstin, so hieß es, sei die Gefährtin eines großen weißen Gottes geworden, der aus dem Westen gekommen sei. Lange Zeit hätten sie beide über die Stadt geherrscht, doch als sie einen Sohn bekamen, gingen sie alle drei fort. Später seien der Gott und die Fürstin wieder heimgekehrt, und nach dem Tode der Fürstin habe ihr göttlicher Gemahl ihre sterbliche Hülle mumifiziert und in einem gewaltigen steinernen Bauwerk aufbewahren lassen, wo man sie verehrte. Dann ging er allein davon. Diese Legende schien in drei Fassungen zu existieren, einer Darstellung zur Folge geschah nichts weiter, als dass die ausgestopfte Göttin zum Symbol der Überlegenheit des Stammes wurde, der sie sein Eigen nannte. Das war der Grund, weshalb die Invargos sie fortschleppten. Eine andere Geschichte berichtete von der Rückkehr des Gottes und seinem Tod zu Füßen seiner im Schrein eingeschlossenen Frau. Eine dritte erzählte von der Rückkehr des Sohnes, der zum Mann oder je nachdem auch zum Affen oder zum Gott herangereift war, sich seiner Identität jedoch nicht bewusst gewesen sei. Jedenfalls hatten die fantasievollen Schwarzen eine Menge aus den Ereignissen gemacht, die womöglich hinter diesen hatte, zweifelte Arthur Germain nun nicht mehr an und als er Anfang 1912 dann tatsächlich auf ihre Überreste stieß, war er kaum überrascht. Ihre Größe war sicher übertrieben worden, doch die herumliegenden Steine bewiesen, dass es sich nicht bloß um ein Negerdorf gehandelt hatte, leider wurden keinerlei Schnitzereien oder Inschriften gefunden und die geringe Größe der Expedition verhinderte einen erkennbaren, aber verschütteten Man erkundigte sich bei allen eingeborenen Häuptlingen der Region über die weißen Affen und die ausgestopfte Göttin, doch sollte es einem Europäer vorbehalten sein, die Angaben des alten Mano zu ergänzen. M. Verheeren, ein belgischer Zwischenhändler von einem Handelsposten am Kongo, glaubte, die ausgestopfte Göttin, von der er schon einmal gehört habe, nicht nur aufspüren, sondern auch erwerben zu können. Schließlich seien die einstmals so mächtigen Bagus inzwischen die untertänigen Diener der Regierung von König Albert und es bedürfte wohl nur geringer Überzeugungskraft, um sie dazu zu bringen, sich von der grausigen Gottheit zu trennen, die sie versteppt hatten. Als Germain sich auf die Schiffsreise zurück nach England begab, tat er es im freudigen Wissen um die Möglichkeit, binnen weniger Monate ein unschätzbares ethnologisches Relikt zu empfangen, das sogar noch die abstrusesten Geschichten seines Ur-Ur-Ur-Großvaters bestätigen würde, zumindest die abstrusesten, die er jemals gehört hatte. Die Landleute aus der Umgebung des Anwesens der Germains hatten vielleicht noch abstrusere Geschichten gehört, die ihnen von ihren Vorfahren überliefert worden waren, welche Sir Wade an den Tischen des Nighthead zugehört hatten. Arthur Germain wartete sehr geduldig auf die von M. Verheeren angekündigte Er fühlte sich mit Sir Wade immer geistesverwandter und fing an, Andenken an dessen Leben in England und seine afrikanischen Abenteuer zu suchen. Es gab zahlreiche mündliche Berichte über Sir Wades geheimnisvolle, abgesondert lebende Frau, aber keinerlei faktischen Beleg für ihren Aufenthalt im Anwesen der Germains. Germain fragte sich, welche Umstände zu solch einer nachdrücklichen Spurenbeseitigung geführt oder sie nötig gemacht hatten und entschied, dass die Ursache dafür wohl im Wahnsinn des Ehemannes zu suchen sei. Seine Ur-Ur-Ur-Großmutter, erinnerte er sich, sollte die Tochter eines portugiesischen Händlers in Afrika gewesen sein. Zweifellos hatten ihre praktische Veranlagung und die oberflächliche Kenntnis des dunklen Kontinents sie dazu gebracht, über Sir Wades Geschichten aus dem Landesinneren zu spotten, und das war eine Sache, die ein Mann wie er nicht leichtfertig verzeihen durfte. Sie war in Afrika gestorben, vielleicht war sie von ihrem Ehemann dorthin gezerrt worden, der ihr das, was er behauptet hatte, beweisen wollte. Doch noch während Germain sich diesen Überlegungen hingab, musste er über die Sinnlosigkeit lächeln, anderthalb Jahrhunderte, nachdem seine beiden merkwürdigen Vorfahren gestorben waren. Im Juni 1913 erreichte ihn ein Brief von M. Verheeren, der ihn der Belgier ein mehr als außergewöhnliches Objekt, ein Objekt, das ein Laie wie er mitnichten klassifizieren konnte. Ob es sich um einen Menschen oder eher um einen Affen handle, könne nur ein Wissenschaftler feststellen, doch eine solche Untersuchung werde durch den beschädigten Zustand sehr erschwert. Die Zeit und das Klima im Kongo seien Murmien nicht zuträglich, vor allem dann nicht, wenn diese so amateurhaft einbalsamiert seien, wie es hier offenbar geschehen war. Um den Hals des Geschöpfes habe er eine Goldkette gefunden mit einem leeren Medaillon, auf dem man Buster wie von einem Wappen erkennen könne, ohne Zweifel das Medaillon eines unglücklichen Reisenden, das den Bagenguss geraubt und der Göttin als eine Art Schutzzauber umgehängt hatten. Bei der Beschreibung der Gesichtszüge der Mumie deutet der M. Verheeren einen skurrilen Vergleich an, oder besser, er stellte sich die humorvolle Frage, wie sein Korrespondent reagieren wird, er sei aber zu sehr wissenschaftlich interessiert, um weitere Worte für dumme Scherze zu vergeuden. Die ausgestopfte Göttin, so schrieb er, werde gut verpackt, ungefähr einen Monat nach dem Empfang des Briefes eintreffen. Die Kiste mit dem Fund wurde am Nachmittag des 3. August 1913 ins Haus afrikanischer Exponate befand. Was dann geschah, kann am besten aus den Aussagen der Dienstboten und den später überprüften Gegenständen und Unterlagen rekonstruiert werden. Von den verschiedenen Aussagen ist die des alten Butlers Soames am ausführlichsten und zusammenhängendsten. Laut diesem vertrauenswürdigen Mann schickte Sir Arthur Germain alle aus dem Raum, ehe er die Kiste öffnete. Die sofort vernommenen Geräusche von Hammer und Meißel zeigten, dass er diese Arbeit nicht hinauszögerte. Einige Zeit blieb es still. Wie lange dies werte, konnte Soames nicht genau beurteilen. Jedenfalls war weniger als eine Viertelstunde verstrichen, als man das entsetzliche Geschrei hörte, des zweifellos als Germains Kehle stammte. Unmittelbar danach stürzte Germain aus dem Raum, rannte in Panik zur Eingangstür des Hauses, als verfolge Als er die Haustür fast erreicht hatte, schien ihm etwas einzufallen, er wandte sich um und verschwand auf der Treppe, die in den Keller hinab führte. Die Dienstboten waren wie vom Donner gerührt und warteten oberhalb der Kellertreppe, doch ihr Brotherr kehrte nicht zurück. Ein Geruch von Heizöl war alles, was aus den unteren Räumen nach oben drang. Nach Einbruch der nach stinkend sich verstohlen herausschlich und ins schwarze Moor verschwand, das das Haus umgab. Dann in einem Ausbruch äußersten Entsetzens erlebten alle das Ende mit. Im Moor blitzte ein Funke auf, eine Flamme zuckte empor und eine menschliche Feuersäule hob die Arme zum Himmel. Das Geschlecht der Germains existierte nicht mehr. Der Grund, weshalb man Arthur Germains verkohlte Überreste nicht einsammelte und bestattete, liegt in dem, was man danach fand, vor allem an der Kreatur in der Kiste. Die ausgestopfte Göttin bot einen abstoßenden Anblick eingefallen und zerfressen, es handelte sich eindeutig um einen mumifizierten weißen Affen, doch von einer unbekannten Gattung, die weniger beharrt war als die uns bekannten Spezies und unendlich stärker dem Menschen verwandt, Eigentümlichkeiten müssen erwähnt werden, denn sie ergänzten auf widerwärtige Weise einige Aufzeichnungen über Sir Way Germains Afrika Expeditionen und die Kongo Legenden über den Weißen Gott und die Affenherren. Diese beiden Eigentümlichkeiten sind das Wappen auf dem goldenen Medaillon, das der Kreatur um den Hals hing, war das Wappen der Germains und die scherzhafte Andeutung von Verheeren über eine gewisse Ähnlichkeit des verschrumpelten Gesichtes traf auf niemanden anderen als auf den empfindsamen Arthur Germain zu, Ur-Urenkel von Sir Wade Germain und einer unbekannten Ehefrau. Mitglieder des Königlichen Institutes für Anthropologie verbrannten das Geschöpf und warfen das Medaillon in einen Brunnen und einige von ihnen geben nicht einmal mehr zu, dass Arthur Germain jemals existierte. Untertitelung